Clip auf CD heute am 22. April von der Jetski World Cup Series hier in Partei an Jean-Pierre. Wegen Covid sind natürlich keine Zuschauer zugelassen, aber ich habe mich gerade erkundigt, ich werde am Samstag herkommen und dann hier kommt schon einer der Fahrer. Hallo! Ich werde am Samstag zu den Jet Surf Extreme Race gehen und euch davon einen kleinen Eindruck verschaffen. Also dann bis Samstag!